Ahoi Leute, ich bin wieder Eier-René. Heute sind die Wirtshäuser wieder offen. Heute ist Tag der Familie und deswegen bin ich mit meiner Familie bei meiner Schwester im Auerner Stüberl. Und was tun wir natürlich in der Früh? Einmal üppig frühstücken um 3,90 Euro bei uns im Auerner Stüberl. Schaut vorbei, unterstützt Eierenwirt und hoffentlich bis bald. Ahoi!